Hey Leute, Hubschrauber sind technisch anspruchsvolle Luftfahrzeuge. Die ersten Hubschrauber zerstörten sich selbst, denn die Entwickler brachten das vom Rotor erzeugte Drehmoment nicht in den Griff. Daher entstanden die ersten brauchbaren Hubschrauber erst gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, während zu dieser Zeit Flugzeuge bekanntlich schon massenweise eingesetzt wurden. Aber die Anstrengungen lohnten sich, denn im Gegensatz zu Flugzeugen können Helikopter senkrecht nach oben oder unten schweben, sich um ihre eigene Achse drehen und rückwärts oder seitwärts fliegen. Mit fortschreitender Entwicklung wurden aber auch immer größere Helikopter möglich und die größten Hubschrauber aller Zeiten möchten wir euch in diesem Video zeigen. Dabei haben wir in diesem Video als Maßstab für die Größe eines Hubschraubers in erster Linie die Länge des Rumpfes herangezogen. Die Gesamtlänge mit dem Rotor ist wie in der Skizze gezeigt bei den meisten Hubschraubern ein paar Meter länger. Viel Spaß beim Video. Beginnen wir auf Platz 10 mit dem größten Hubschrauber mit Koaxialrotor. Hubschrauber mit Koaxialrotor sind etwas Besonderes. Sie haben zwei übereinander liegende Hauptrotoren, die sich in entgegengesetzter Richtung drehen. Dafür brauchen diese Hubschrauber keinen Heckrotor, welcher normalerweise den Helikopter durch seinen Gegenschub stabilisiert. Der größte Helikopter mit dieser exotischen Bauweise ist der russische Ka-52 Alligator, welcher die Weiterentwicklung des einsitzigen Ka-50 ist. Der Ka-52 Kampfhubschrauber aus dem Hause Kamov weist eine Länge ohne den Rotor von 14,21 Metern auf. Die Gesamtlänge beträgt 16 Meter. Mit der fest installierten Kanone 2A-42 kann der Pilot Panzerbrechende oder Explosivgeschosse mit einer Feuerrate von bis zu 550 Schuss pro Minute abgeben. Des Weiteren können zwei Maschinenkanonen vom Typ Graziev-Shipnov-G-Sch-23 installiert werden, sowie Lenkflugkörper, Raketen, etc. Auf dem neunten Platz haben wir den größten amerikanischen Bananenhubschrauber. Tandem-Rotor-Hubschrauber zeichnen sich durch zwei große Rotoren aus, die sich gegenläufig drehen. Wie beim Koaxialrotor wird somit kein Heckrotor benötigt. Ein sehr bekannter Helikopter dieser Art ist der Boeing CH-47 Chinook, der den amerikanischen Streitkräften als Truppentransporter seit dem Vietnamkrieg dient. Über die Jahre wurde er über 1200 Mal produziert und in viele Länder exportiert. Zugleich ist er auch der größte Hubschrauber mit Tandem-Rotor der USA. Die Variante CH-47F Super Chinook erreicht eine Rumpflänge von 15,84 Metern. Platz 8 geht an den größten Kampfhubschrauber der Welt. Der größte Kampfhelikopter der Welt stammt aus Russland. Es handelt sich um den Mil Mi-24 mit einer Rumpflänge von 17,50 Metern. Dieser Hubschrauber hatte seinen Erstflug bereits im Jahre 1969, wird aber bis zum heutigen Tage in Serie produziert. Auch die Bundeswehr verfügt über einige dieser riesigen Kampfmaschinen, denn sie übernahm damals einige Mi-24 von der NVA. Die Feuerpower dieses Helikopters ist zugleich zartschmelzend als auch hochexplosiv. Zwei fest installierte Maschinenkanonen und zwei fest installierte Maschinengewehre. Dazu können an den vier Pylonen Raketen, Lenkflugkörper und Bomben mit einem Gesamtgewicht von bis zu einer Tonne mitgeführt werden. Auf Platz 7 landet der größte europäische Hubschrauber. Der größte Hubschrauber aller Zeiten aus europäischer Produktion wurde von Italien und England gemeinsam entwickelt und befindet sich seit 1990 in Serienproduktion. Es handelt sich um den Augusta-Westland AW-101 mit einer Rumpflänge von 19,95 Metern. Der große Helikopter erweist sich als Exporterfolg. Inzwischen gibt es ihn in einer zivilen und in einer Militärversion. Der AW-101 wurde in etliche Länder verkauft. In der Variante AW-101 VVIP, was für Very Very Important Person steht, ist der mit drei Rolls Royce Motoren betriebene Hubschrauber besonders luxuriös ausgestattet und wird gerne an Geschäftsmänner und Politiker in Saudi-Arabien und Nigeria verkauft. Eine Zeit lang war der AWW-101 sogar als Marine One Hubschrauber des US-Präsidenten im Gespräch. Platz 6 hat sich der größte Bananenhubschrauber der Welt gesichert. Der größte Bananenhubschrauber, der je gebaut wurde, ist der sowjetrussische Jag-24 vom Hersteller Jagulev. Er hat eine Rumpflänge von 21,34 Metern. Der Jagulev Jag-24 ist schon länger außer Dienst gestellt, aber zwischen den Jahren 1956 und 1958 wurden rund 40 Exemplare gebaut und von der Roten Armee für den Transport von Soldaten verwendet. Der Jag-24 stellte einen Höhenrekord mit Fracht auf, als er eine Ladung von 2 Tonnen auf eine Höhe von 5082 Metern hievte. Auf dem fünften Platz landet der größte aktive Kranhubschrauber. Was ist ein Kranhubschrauber? Ein solcher Helikopter kann schwere Lasten transportieren, die wie bei einem Kran an einem Haken außerhalb des Hubschraubers hängen, sowie schwere Baumstämme oder Antennen für einen Wolkenkratzer. Der größte derzeit aktive Kranhubschrauber ist der Sikorsky S-46 Skycrane mit einer Rumpflänge von 21,41 Metern. Genauso groß ist die militärische Variante, nämlich der Sikorsky CH-54 Tahe. Im Laufe dieses Videos werden wir aber noch einmal auf einen Kranhelikopter zu sprechen kommen. Dazu später aber mehr. Knapp das Treppchen der größten Hubschrauber der Welt verpasst, hat es der größte amerikanische Helikopter. Der größte amerikanische Hubschrauber aller Zeiten ist der schwerste Transporthubschrauber aus dem Hause Sikorsky, der CH-53E Super Stallion. Der ab 1974 produzierte CH-53E Super Stallion hat eine Rumpflänge von 22,35 Metern und eine Gesamtlänge von 30,19 Metern. Das Nachfolgermodell von 2015, der CH-53K King Stallion, hat zwar bei der Gesamtlänge ein paar Zentimeter mehr, nämlich 30,20 Meter, dafür aber eine etwas kleinere Rumpflänge von 22,29 Metern. Daher hat es der neuere Hubschrauber nicht in diese Liste der größten Hubschrauber geschafft, obwohl er zweifellos über stärkere Motoren verfügt und somit schneller ist oder höhere Lasten transportieren kann. Auf dem dritten Platz landet logischerweise der drittgrößte Helikopter der Welt. Der Mill Mi-26 ist der schwerste Transporthubschrauber der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte, wird aber auch für zivile Zwecke verwendet, zum Beispiel für den Mammuttransport. Er ist ungleich größer als sein amerikanisches Pedon. Bereits die Rumpflänge von 33,73 Metern übertrifft die Gesamtlänge des Sikorsky CH-53K. Als Gesamtlänge werden für den Mi-26 etwas über 40 Meter angegeben. Auch was das Gewicht angeht, bricht der Mill Mi-26 einige Rekorde. Mit einer Leermasse von knapp 30 Tonnen ist er der schwerste jemals in Serie gebaute Hubschrauber. Es können bis zu 20 Tonnen zugeladen werden. Die beiden Turbinen, welche die Rotoren der Wuchtbrumme antreiben, haben zusammen über 20.000 PS Leistung. Der Mill Mi-26 ist der größte Hubschrauber der Welt, der aktuell noch eingesetzt wird. Auf dem zweiten Platz landet der zweitgrößte Hubschrauber der Welt, welcher zeitgleich der größte Kranhubschrauber aller Zeiten ist. In seiner Basisversion ist der Mill Mi-10 nur 32,86 Meter groß. Aber die spezielle Kranhubschrauber Variante Mill Mi-10K bringt es auf eine Rumpflänge von 35 Meter und eine Gesamtlänge von 41,89 Meter. Er kreiselt sich damit auf den zweiten Platz der größten Helikopter der Welt. Der Mill Mi-10K zeichnet sich außerdem gegenüber der Basisvariante, wie auch auf dem Foto zu sehen ist, durch sein unten angehängtes Kranhäuschen aus. In diesem sitzt der Kranführer und sorgt für eine reibungslose Annahme von schweren Lasten mit Hilfe des Krans. Laut der russischen Wikipedia ist noch ein Mi-10K im Besitz der Fluglinie U-Ter, wird aber nicht mehr für Frachtflüge eingesetzt, da Ersatzteile nicht mehr zu beschaffen sind. Und auf dem ersten Platz landet natürlich der größte Hubschrauber der Welt. Wie alle größten Hubschrauber der Top 3 stammt auch der größte Hubschrauber, der jemals gebaut wurde vom Moskauer Hubschrauberwerk Mill, benannt nach dem Chefkonstrukteur Michael Leoncevic Mill. Der Mill Mi-12 mit seiner Rumpflänge von 37 Metern zieht schon optisch wegen seiner großen Flügel und dem gestreckten Rumpf nicht mehr aus wie ein richtiger Hubschrauber, sondern eher wie eine Mischung von Flugzeug und Hubschrauber. Anscheinend wurde hier die physikalische Grenze erreicht, mit der überhaupt noch ein Hubschrauberflug möglich ist. Auch mit dem Gewicht von annähernd 70 Tonnen war der Mi-12 mit Abstand der schwerste Hubschrauber aller Zeiten. Geplant war mit dem Mi-12, der seinen Erstflug im Jahre 1968 hatte, Interkontinentalraketen zu transportieren. Zusätzlich sollte der Helikopter schwere Lasten liefern für Großbauprojekte in entlegenen Teilen der Sowjetunion. Allerdings ging der größte und schwerste Helikopter aller Zeiten nie in Serie und es blieb bei zwei Exemplaren. Welcher der gezeigten Hubschrauber hat euch am meisten beeindruckt? Schreibt es uns wie immer gerne in die Kommentare. Das war es auch wieder mit dem heutigen Video, eure Jungs von tägliches Wissen.